Willkommen zurück bei Sternenkind Saga. Ich muss den Part leider damit beginnen, dass ich mich erst einmal entschuldigen möchte, und zwar bei euch lieben Zuschauern und natürlich vor allem beim Erstellen des Spiels, denn mir liegt im Ehrlichsten sehr viel daran, dass ich Namen auch korrekt ausspreche und ich denke den Namen des Hauptcharakters habe ich bisher völlig falsch ausgesprochen. Zumindest als ich mir meine Videos nochmal angeschaut habe und bearbeitet habe, ist mir aufgefallen, dass ich den Namen tatsächlich ein bisschen seltsam ausgesprochen habe und mich fragen musste, äh, was zum Teufel machst du da eigentlich? Ja, ich habe seinen Namen, oh Gott, jetzt muss ich nochmal überlegen. Ich, gibt's hier nicht irgendwo, Haki, hm. Wie hieß der denn? Rikenson? Rikenson? Ich hab's auf jeden Fall, ach genau, Rikenson, na, für Zeit. Also, Leute, Gott, wie gesagt, das ist ja erst der dritte Part, ich muss mit dem Spiel noch warm werden. Deswegen, und ich hab's bisher immer so wie Wirkenson ausgesprochen, ich weiß auch nicht so wirklich warum, es tut mir, wie gesagt, leid. Ich hab's eigentlich versucht, ein bisschen wie Vakenson auszusprechen, das ist aber auf jeden Fall nicht korrekt, also ich bin mir ja recht sicher, dass es Vakenson heißt. Äh, okay, die beiden Typen versperren uns den Weg. Uh, das will ich, ob das normal da ist? Das war ja cool, das ist gerade in der Rad der Land gelaufen. Eine fast leere Kiste, am Grunde finden sich einige dreckige Tücher. Ah, Ausdrufsgegenstände für angehende Helden. Was haben wir denn da alles? Einen Schleifstein, Seil, Nähzeug, Decken, Angelhaken, eine kleine Schaufel. Aber solange ich mich in der Drachenhalle befinde, werde ich diese Ausrüstung der Wildnis nicht benötigen. Das ist sehr schade, sobald wir die Drachenhalle später irgendwann mal verlassen können. Können wir da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mitnehmen. Svenja, sie übt wahrscheinlich mal wieder. Sie erscheint immer so verbissen. Ich fürchte um den Wolfsschädel, auf den sie bald schon ihre Waffe niedersausen lassen wird. Mit derselben Wucht, die sie den Übungspuppen angedeihen lässt. Und man kann ihre Schläge schon hören. Ich schaue mich natürlich trotzdem weiter in den Kisten und Fässern um, die hier überall rumstehen. Eisenstangen, die sich als Schwerter verkleidet haben, scheint mir. Ich denke nicht, dass sich damit die Heldentaten vollbringen lassen, die es wert sind, dereinst besungen zu werden. Schwere, zugenagelte Kisten. Ah, da ist sie ja. Mal wieder eine Mädchenstimme. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Haki, ich habe dich ja gar nicht kommen hören. Ich klappe die Ohren zu, wenn ich diese verdammten Strohbister die Scheiße aus dem Leib prügele. Ja, sie mag zwar blond und hübsch sein, aber sie spricht dennoch wie alle anderen hier im Spiel etwas barbarisch. Aber naja, so sind unsere Leute im hohen Norden eben. Die blonde Kriegerin sah mich kurz abschätzend an. Siehst müde aus. Hast du wieder die ganze Nacht schlecht geschlafen heute Nacht, oder? Ich öffte den Mund zu einer Entgegnung, wollte widersprechen, dass Svenja sich nur noch mehr Sorgen machen würde. Doch ich spürte selber die bleihone Schwere meiner Augenlieder, die meine Worte sofort lügend gestraft hätte und säuftens nicklich. Lass uns doch gemeinsam zum Exerzieren gehen. Ein wenig marschieren wird dir guttun. Svenja schließt sich der Gruppe an, als ob wir sie nicht schon vorher mehr oder weniger im Team gehabt hätten. Unsere Übungspuppen. Wie viele Jahrgänge haben ihren Hass und ihren Frust wohl schon in ihre Strohleiber geprügelt? Diese Frage ist müßig. Sie stellen nur den Feind dar. Und das von einer Frau, die ihren Waffen Namen gibt? Ist doch cool. Bronzebeide halten. Schön. Oh ja, die gefürchteten karadonischen Bogenschützen. Skeptisch ließ ich meinen Blick über den zur Zielscheibe umfunktionierten Rundschild wandern. Nun ja, trotzdem solltet ihr bewusst sein, dass es durchaus Meister am Bogen in diesen Hallen gibt. Betören versuchen auf jeden Fall. Betören eins. Ach Svenja, eins lasse ich in einer langen Mondnacht am Ofer eines Sees und wollte zusammenschreiben auf Pergament bannen, was ich an dir schätze. Und dir sei versichert, alte Freundin, auch dein Talent am Bogen fand sich dort neben Liebreiz, Mut, Stärke, Ehre, Würde und Stolz. Geschliffene Zungen wie die deinen sind Segen und Fluch der Krieger, mein Freund. Sie lösen Kriege aus und beenden sie. Den Göttern sei Dank, bist du kein Mitglied des Hohen Rats, hm? Finde ich cool, diese ganzen Diskussionen, die Charaktere leben eben richtig, ja. Also ich meine, wir haben sie gerade erst ins Spiel bekommen, aber man merkt trotzdem, die beiden kennen sich schon einige Zeit lang. Das ist ja eben, was sehr viele andere Spiele falsch machen. Da wird ihr eben auch immer behauptet, die Charaktere kennen sich schon die ganze Zeit über, aber es gibt überhaupt keine Interaktion zwischen ihnen. Diese Übungswaffen werden wir im echten Gefecht kaum hilfreich sein. Das wird er jetzt wahrscheinlich, ja, überall sagen, müssen wir also nicht weiter anklicken. Okay, das, genau, das hatten wir auch schon mal mit den Übungspuppen. Oh, hier hinten steht mal was rum. In diesem Krug befindet sich eine ödige Flüssigkeit. Was bei den zwei Göttern? Ah, ich verstehe. Das ist wahrscheinlich für die Ringer. Einige der besten Ringer der Erdenscheibe sollen ja aus Charadon kommen. Ja, hier sind nur wieder Übungswaffen. Und Gegenstände, mit denen ich nicht interagieren kann. Was ich auch sehr gut finde, ist hier dieser abgedunkelte Bereich da oben. Ist ja klar, da oben fällt ja weniger Licht hin. Da oben wird ja nicht beleuchtet. Das ist logisch. Und jetzt sind auch die Typen hier weg. Und wir können weitergehen. Hinweis. In der Einleitung werden dem Spieler erste Begebenheiten der Geschichte erzählt. Die Boni, die in der Einleitung erspielbar sind, werden auch beim Überspringen angerechnet. Der Spieler beginnt zusammen mit Svenja, Gorat und Arson in der Gruppe, sowie der Aufgabe, Kyla baldmöglichst aufzusuchen. Wollen wir es uns angucken? Oder? Wir müssen es uns ja angucken. Ich will ja alles zeigen. Ach so. Das ist jetzt sozusagen das Intro. Brennende Elfenohre, du Toaster. Ich reiß dir deine Arme aus und erschlag dich der Bedeigenhändig. Gütige Mutter Torinia, was? Hey, jeder. Gestern angekommen, was? Sagt nichts, ich brauche eure Hilfe. Ich bin Gorat Harkinson. Wir haben uns gestern kurz gesehen. Bin ein neuer Recruit wie ihr. Komm aus Ravinia. Ja, die Götter zum Gru. Ist schon in Ordnung. Pass auf, es gibt Krieg um den Stolz und die Würde unserer kleinen Einheit hier. Die Schweinselfen, die schon ein gutes halbes Jahr länger hier sind, auch nur Rekrutenbastarde wie wir, haben mich und einen anderen Kerl unserer Einheit überfallen, als wir die Waffenstände aufbauen waren. Du meinst? Ich habe einen guten Freund da draußen auf dem Exerzierplatz. Arson ist dein Name. Feiner, mutiger Kerl. Der hat wohl in der Vergangenheit was gemacht, was an den anderen Rekruten nicht gepasst hat. Bei den zwei Göttern, die haben ihn übelst mitgespielt. Haben mich sauber verdroschen. Treten nun mit Begeisterung auf den Kerl ein und schimpfen wüsste bei uns, dass wir die Ausbildung nicht überleben würden. Ha! Los ihr beiden, denen zeigen wir, dass mit den Männern der Kriegshahn gut Elfenfoppen ist. Nun gut, Gorat. Dann sollten wir... Hört mal ihr beiden. Das da draußen ist Thorstor Düstermond. Er ist wohl der verfluchte Sohn reichster Ratten. Und auch wenn ihr beiden wohl nicht aus unserer Hauptstadt Ravinia kommt, so dürftet ihr das Handelshaus Düstermond kennen. Ich, ähm... Willst du gesagt haben? Vielleicht machen wir uns gleich einen Feind fürs Leben. Dann solltet ihr wenigstens wissen, dass es sich gelohnt hat, den Pastor deines reichen Vaters einmal ordentlich verdroschen zu haben. Ha! Gorat schließt sich der Gruppe an. Ja, das da draußen... Äh, das da in dem anderen Zimmer ist unser Chef. Den ignorieren wir erst mal, oder? Ja, den kennen wir ja, Ragnar. Habe ich das also richtig vernommen? Wir sind noch gar nicht im Bergenturm und da wollte ich die Schädel, ohne uns zu fragen, einschlagen und die Ehre unseres Jahrgangs zu verteidigen. Wir... Wir haben euer gebrülltes... Wir haben euer gebrülltes Gespräch mit angehört. Tut mir leid, dass wir gelauscht haben. Diese Schmach können wir in keinem Fall auf unserem Jahrgang sitzen lassen. Sie haben einen von uns überfallen. Dann sollen sie sich auch mit uns allen erlissen. Bei den zwei Göttern. Ich bin verdammt froh, euch an meiner Seite zu wissen. Karadonischer Zusammenhalt verdient es seither, besungen zu werden. Ihr Ider, wo ist unser Kamerad, ihr Bastarde? Die am Boden liegende Gestalt blickte kurz auf, spuckte ein wenig Blut und verstarnte mehr verärgert als erleichtert zu uns Neuankömmlichen. Und ich stand inmitten einer kleinen Schlachtreihe aus jungen Menschen, die augenscheinlich nur eine Schlägerei im Sinn hatten. Und durch meinen Ruf wandten sich nun die Gesichter der Schergen um diesen Torstor zu. Scheint, als hätten sie mich endlich mal alleine erwischt. Koran, ich wollte keine Rettung. Sie werden mich sowieso tot treten. Warum ziehst du andere mit hinein? Da ich den Mund bereits aufgerissen hatte und unsere nicht minder gewaltbereiten Gegner mich als unseren Rätelsführern sahen, konnte ich nicht umhin, diese Rolle weiter zu verkörpern. Hätte ich gewusst, dass ich diese Rolle noch lange als Bürde tragen würde, hätte ich geschwiegen an diesem nasskalten Herbsttag. Du bist dieser Torstor? Ich verlange, dass du sofort aufhörst, diesen Mann meiner Truppe. Sonst passiert was, ihr jeweiligen Welpen. Es gibt hier ein paar wichtige Gesetze, ihr Neuen. Eines davon ist, dass Respektlosigkeit gegenüber dem zweiten Jahrgang hart bestraft wird. Und wir sind unsere eigenen Scharfrichter. Also verschwindet, solange ihr noch könnt. Und überlasst uns diesen dreckigen Feigling. Wir reißen dir deinen kleinen Schädel vom Hals und stopfen ihn mit Goblinscheiße voll. Denkst du, wir lassen uns von euren Kameraden kaputt treten? Haha, ihr Kinder macht mir Spaß. Das ist ja in der Drachenhalle. Und schon so weit das Maul aufreißen? Ich bin Meister Düstermond. Und es war meine Familie, die einen großen Teil der Kriegsgeräte bezahlt hat, das wir einsetzen werden. Über Kürze lang werde ich eine führende Rolle als Soldat einnehmen. Also lasst euch gesagt sein, dass ein kleiner, wohlfeiler Rückzeug für eure Bande nun angebracht wäre. Wir standen nach dieser Rede wie versteinert da. Weniger aus Respekt, mehr aus Fassungslosigkeit. Wie ihr wollt. Agok, Rabeck, ich sage euch, erschlagt sie wie junge Hunde. Endlich, endlich, das Ungedritte aus diesem feigen Fleisch wurde mir sowieso längst langweilig. Es gibt ein paar Dinge über euren Freund, die ihr wissen solltet. Ich versichere euch, dass jeder Tritt, der seinen Körper beutelt, keinen Unschuldigen trifft. Ist mir vollkommen egal, Händerso, und ich würde dir auch dein Gesicht zertreten, wenn ich 5 Gold dafür zahlen müsste. Liebe Mutter Torinia, Ragnar und Gorat sprechen nicht für uns alle hier. Wir können dies auch friedlich regeln. Scheiß drauf, Goldhaar, eine Keilerei ist überfällig. Reiche Mistkerle wie der verstehen eh nur eine Sprache. Und zwar das Gestammel aus ihrem eigenen Mund voller Zahnstummel, wenn meine Faust da drin getanzt hat. Turstor, es bestand kein Grund für diesen sinnlosen Akt dumper Gewalttätigkeit. Ich würde vorschlagen, wir setzen uns zusammen und besprechen. Also gut, Haki, auf mein Zeichen zum Angriff. Du schnappst dir Turstor. Komm nur her, du Elfenweib. Du wirst nicht der Erste, der nach meiner Faustschlag die Nacht begrüßen lernt. Ja, aber sie kämpft ja sowieso gegen den Typen mit dem Hut. Jetzt bist du dran, Dreckskerl. Ich habe einen Namen, Düstermond. Er lautet Haki. Gut, da ich nun weiß, was deinen Grabstein zieren wird, lass uns endlich beginnen. Uh, das Kampfsystem. Ja, das Spiel verfügt ebenso über ein selbstgemachtes Kampfsystem, das wir jetzt endlich eingeführt werden. Der Karadone zog sein Langschwert und schien sich auf den Kampf vorzubereiten, mich dabei mit einem verächtlichen Blick musst und... Ich greife einfach erstmal nochmal an. Wow, ich habe 112 gemacht. Der macht für 97. Okay, gut, wir haben ja auch eine Menge. Ich habe bisher noch gar keine Fertigkeiten. Fähigkeiten, was auch immer. Na gut, dann müssen wir es jetzt hier mit Entersmation beenden. Aber ich denke mal, er hat noch ein oder zwei Angriffe. Wer hat denn noch aus? Einen, ja, genau. Also zwei. Aber wir haben ja ein bisschen mehr Trefferpunkte als er. Der Noob. Welch triumphaler Sieg. Naja, nicht wirklich. Uff. Das war schon alles, was du zu bieten hast, Torstor. Ich kenne Goblinweiber, die härter zuschlagen können. 25 Talentpunkte erhalten. Verdammte Axt! Ihr neun verfluchten Mebe-Marsch. Steh gestanden! Verstanden! Ihr Bastarde seid wohl der Ansicht, oder habt zu viel Kraft? Ihr vollkommen verblödeten Einfallspinsel denkt wohl, wir fordern euch nicht hart genug. Gorat! Äh, äh, Kriegse, also. Halt's Maul, Rekrut. Düstermund, Meldung! Wir, äh, da war ein... Mund halten! Ich werde euch schuften, Blut... Ich werde euch schuften, bluten, wimmern, jammern und leiden lassen, dass ihr nicht mal mehr genug Kraft zum Kacken haben werdet. Ihr werdet den Tag verfluchen, dem eure Eltern dumm genug waren, euch zur Armee zu schicken. Ihr jämmerlichen Elfkinder seid bestimmt der beschissenste Haufen, stinkender, unwürdiger Ketzer, den ich je auszubilden gezwungen war. Kameraden, ihr gebt als Nodaten ein so lächerliches Bild ab, dass der Wolf euch nicht mal mit dem Arsch anschauen wird. Also, schafft Asans Arsch ins Lazarett. Ihr liegt im Weg. So, nun zu euch. Mein Name ist Lasan von Kaila. Kriegsherr ist meine Aufgabe und Behoffung. Ich habe in der Ohrkriegen gekämpft. Ich habe den Todeswinner überstanden und gegen den Morden gestreiten. Ich habe Armeen von Untoten niedergelebt. Habt ihr tot selbst das Fürchten gelehrt? Gebt euch also niemals, niemals Delusionen, dass ihr an mich reinkriegen könnt. Schmunzelte einer? Habe ich da einen Kichern gehört? Verdammte Axt! Ich prügel euch die Scheiße aus dem Leib. Zu viel Kraft? Sprungübungen! Na los! Ich will eure Ärsche in der Luft sehen, ihr Pfeifen. Verdammte Scheiße! Was soll denn das? Sofort aufhören! Ihr seht ja aus wie ein Haufen stinkender Orks bei der Essensausgabe. Und den künftigen Soldaten an Karathus erwartet ihr, verdammt auch mal ein wenig mehr Disziplin. Also, das kannst du noch einmal von vorn halten. Und diesmal, wenn ich die Damen bitten darf, im Gleichschritt! Totorinia, was seid ihr nur für schwächtig! Das kann ja kein Mensch mit ansehen! Und schon wird der Schweiß in den Staub, wenn die Ebtroppen wird der Thorsten die Erschöpfung heißen. Wie damals bei der Oasenbelaberung von Elkashia-Fehl. Sofort aufhören! Sofort aufhören! Kann ich nicht nur auf die Mute halten! Dass wenn ihr springt, ich nenne ihr es Orkbest! Ich muss mal aufs Klo! Und Mami ist nicht da um ihr den Arsch zu wischen! ein bisschen mehr begeisterung meine damen und jetzt alle im Chor ich bin Rekrut mir geht's zu gut ich bin Rekrut mir geht's zu gut mit Kämpfern wir nichts am Hut mit Kämpfern wir nichts am Hut das dachte ich wir ihr Pfeifen Keiner der wenig dieses Arsch hat mal was anderes singt Unser gesamter Ausdauer muss unsere Ausbildung betragen wie wir nach einiger Stunden letztendlich sind Gültiger Alkandor euer Gehumpel ist ja bemmitleidenswert Kriegs äh Kriegs selber in dem Regen sitzen unsere Waffen Rost an Ha 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 Erkleb mir eine Elf ohne meine Elm eine Suppenratte die ich sprechen kann Keine Sorge Torstor Zuhause warte deine Mama mit hier und gib back auf dich Du musst die Drachen alle einfach nur ein verlassen Hey Torstor fällt mir ein Du hast am Rost und Rekruten gemeinsam, hä? Beide beginnen mit dem Fluchsterbenkriegse Ich gebe erstmal um die Facepalm So ein verdammter Unsinn, du Hedlers Sohn Die Gemeinsamkeit zwischen Rekruten und Rost ist Beide machen aus wertvollen, guten Waffen Marlose Spielzeuge Ha 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 Das hab ich mir so nicht vorgestellt Ach verwöhnt sich daran Bastard Bastard Linja Mir liegt meine eigene Suppe im Magen Ich kann gleich nicht mehr Verdammt nochmal, heilt ihr das hier etwa für alten Priesterausflug? So läuft doch kein Karadon hier! Ausdauer! 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 Eine Schlacht Da kann man wenigstens irgendwann tot umfallen Oh Nein Ist Pult, was? Ach, das sind wir Jeder Mensch hat eine Aufgabe, meine Damen und Herren, bevor er stirbt! Ich, liebe Rekruten, habe die Aufgabe, euch Elfenärsche beizubringen, Soldaten zu sein! Doch wenn ich mir euch so ansehe, dann bin ich damit wohl dermaßen im Bezug, dass ich wohl ewig leben werde! Ist auch genug gelaufen für eure Kameraden! Ich tue ihm ja sehr dank! Ich hätte auch keine paar Schritte weiter durchgehalten! Springen! Ha 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 ha! Noch später Ja Rekruten! Das macht doch noch nicht für Glögen, was? Oh was? Oh was? Ja Ich bin nass schon wieder Ich bin nass schon wieder Ich bin nass los! Alter Mann! Ich bin nass! Ich bin nass! Ach ja, dasselbe ich hab beide, Jungen! Als ich so einfach wie ihr habe ich auch schon andere herum gescheucht! Ha ha ha! Können wir diese Sprüche nicht wehren! Ich höre von euch denken, sie werden mehr werden! Weil sie der zweite Hergang sind! Sie denken, sie haben damit irgendwelche Sonderprivilegien verarbeitet! Vor den zwei Göttern und vor dem Kiekserkeiler ist jedes Stück scheiße braun! Und damit meine ich euch Rudersklaven! So Kameraden, euer Getampfe geht mir auf die Nerven! In meinem Alter braucht man seinen Schlaf! Ich hau mich in die Falle! Herr Rekruten! Eure Verzweifelte und auch hervorflosen Anstrengungen! Euch in meinen Augen nicht als Schwerfutter zu dekadieren, aber da ein richtig tiefes Schlammloch gewissen! Das passt zwar zu euch, aber da ist dumm wie Brot und blind wie ein Riesen bei Nachtzeit! Kann es ja sein, dass einer von euch beim Pissen da nochmal reinfällt und sich die Gräten bricht! Ich wünsche euch also, dass ihr, bevor ihr auch nur daran denkt, eure Schlafgemächer aufzusuchen, dieses verdammte Schlammloch mit Sand zuschüttet! Und dann morgen, beim ersten Hanelschein, will ich euch wieder frisch und munter Schuften sehen! Verdammte Axt! Dies war also mein erster Tag in der ruhmreichen Armee Karadons als Rekrut und meine Träume vom Soldatentum und Lagerfeuergeschichten erschienen urplötzlich in sehr weiter Ferne. Die gnadenlose Tortur hatte ihre Spuren an uns hinterlassen. Es gab niemanden mehr, der nicht glänzte vor Schweiß und japsend am Boden lag und versuchte, die zuckenden Muskeln unter Kontrolle zu bekommen. Aber den Göttern sei gedankt, war dieser Ausbildungstag nicht umsonst. Die Gruppe L, 20 Fertigkeitspunkte! Juhu! Das hat sich richtig gelohnt! Viele Stunden später, nachdem die anderen schon vom Exerzierplatz gekommen waren, hielt Svenja mich zurück, stürzte sich auf meine Schulter und wischte selbstvergessen, wie selbstverständlich, ihren Schweiß an meinem Ärmel ab, bevor sie annob zu sprechen. Es macht mich krank vor Wut und der Hass schürt mir fast die Kehle zu, wenn ich daran denke, dass diese Bastarde und Poster schon nach wenigen Augenblicken abgehauen sind und uns die restliche Arbeit hier machen haben lassen. Pah! Turinia sei Dank sind wir fertig. Mir tut jeder Knochen weh. Was freue ich mich auf mein Bett? Ich ebenfalls, Haki, ich ebenfalls! Leg dich hin und schlafe dich endlich mal aus! Wir haben Vollmond, Svenja. Bei Vollmond sind meine Träume oft am intensivsten. Fragen zog Svenja die Augenbrauen hoch und ich biss mir verlegen auf die Lippen. Nun, ich hoffe, dass du eines Tages den Mub aufgefallen kannst, mir davon zu erzählen. Du weißt, ich werde immer für dich da sein. In Ordnung, ich wünsch dir eine gute Nacht. Schlaf gut und denk daran. Wir sind Kampfgefährten, Waffenbrüder und naja, fast wie Geschwister. Ich weiß, Svenja. Ich weiß, dass du schon immer... schon seit unserer Kindheit... Kommt jetzt ein Flashback? Nein. Oder doch? Was passiert jetzt? Später, nach einigen Stunden des ruhelosen Umherwerfens... Oh, er hat einen Traum. Die Sterne. Ich fühle mich ihnen so verbunden. Diese wundervoll schimmernde Pracht am nächtlichen Himmel. Ich höre sie in meinen Träumen, wie sie sanft lockend meine Namen rufen. Klare Stimmen. Leise Stimmen. Lockend, singend, unwiderstehlich. Nein. 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 Warte. Also durch diesen komischen Weltraumboden waren die Texte echt schwierig zu lesen. Das war jetzt irgendwie ein bisschen doof. War auch leider wieder ziemlich anstrengend und ich hab's dann am Ende verpasst. So, das sind die letzten Eier. Bei Alcandor hat uns der Kriegser gestern Nacht schuften lassen. Asa, wie geht's denn, Arson? Es geht. Ich habe ihn in das Lazarett im Sonnenflügel gebracht. In wenigen Tagen wird er sich wieder erholt haben. Thorsten, dieser Mistkerl, hat ihm ganz schön böse mitgespielt. Ich werde später nochmal nach ihm sehen, auch wenn die Schwestern des Turinian Lazarettes beste Arbeit leisten. Schläft Haki immer noch? Ja, das tut er. Er warf sich die halbe Nacht ruhlos herum und flüstert etwas von Sternen, glaube ich. Ich glaube, er träumt irgendwie schlecht der Ärmste. Das tut er, leider recht oft. Seit sein älterer Bruder Rivi auf Bergentorn während der ersten Inversion gefallen ist, ereilen ihn seltsame Albträume. Darüber reden mag er nicht, aber ich kenne ihn seit Kindertagen und normalerweise dachte ich, er würde den Verlust schneller verkraften. Zumal er seinem Bruder nicht so wirklich nahe stand. Halt! Nein! Bitte nicht! Warte! Aza! Das kam von Haki! Schnell! Er ist vielleicht verletzt! Oh, Haki liegt nur in seinem Schlüpfer bekleidet. In seinem Bett. Haki! Verdammte Axt! Was ist denn mit dir los? Mann! Sprich schon! Gorat, du Ochse! Beruhig dich doch mal! Lass den Mann sprechen! Haki! Wie geht es dir? Ich... Da war dieses Mädchen! Ich... Was hat sie dir angetan, Haki? Sprich's aus und ich breche ihr alle Gräten! Dreck! Nichts! Nichts! Sie stand da und hat mit mir gesprochen! So als... Ihre Stimme klingt noch in mir! Ein Weibstück? Und dafür fällst du in solche Panik? Hahaha! Mein großer Verführer und furchtloser Arsbruder! Aber sag mal, du stolz karadonischen Minnigesangs! Was uns alle hier in Wirklichkeit interessiert ist, war sie nackt oder nicht? Nachdem es Gorat geschafft hatte, seinen Worten eine wahrscheinlich nicht beabsichtigte, jedoch deutlich hörbare Spur von Spott zu verleihen, regte sich mir ein fast trotziger Stolz und ich schalte mich meinen Nerren, so überreagiert zu haben. Gegen meinen Willen musste ich müde grinsen und spürte, wie die schwere Last meines Herzens hervorgerufen durch diesen Traum immer mehr abnahm. Und doch wusste ich, dass jene Last wiederkommen würde. Ach Haki, unser Sorgenkind! Fürchte dich nicht, wir haben alle Angst mit unseren Träumen und Ängsten zu kämpfen, aber du wirst sehen, wenn erst der Schatten der Wölfe durch die Sonne Turinias aufgelöst wurde, wird die Welt in ebenso hellerem Licht strahlen und Ruhe und Frieden werden Einzug gehalten in deine Seele. Das verspreche ich dir! Du... Du hast wohl recht Svenja. Ich war im ersten Augenblick nur so erschrocken, da dieser Traum so wirklich wirkte, als hätte ich nur die Hand auszustrecken brauchen. Hey Kleiner, solange wir den Rücken stärken und zusammenhalten, wird dir kein Unheil geschehen. Wir haben Toastow verprügelt, wenn es sein muss, dann halten wir gegen dich die nächsten Jahre einfach wach. Hagner hat recht. Vergiss es, lass uns doch aufbrechend nach Arson sehen. Er müsste doch im Lazarett der Heiligen Schwestern sicherlich wieder genesen sein. Das könnt ihr nicht machen, er ist doch so schwer verletzt worden. Gewährt ihm! Wir sind Soldaten Karadons, er wird einfach nur nach einer kleinen Schlägerei sicherlich nicht im Bett verwiesen. Haki und ich werden ihm schon Beine machen. Ah, genau! Und ich begleite euch beide! Haha! Mal sehen, wie es dem alten Zweifler geht! Dann tut mir wenigstens den Gefallen und sucht mich noch schnell auf, bevor ihr geht! Svenja und Gorat schließen sich der Gruppe an. Das Sternzeichen-Amulett meines Großvaters. Sein letztes Geschenk an mich. Es schimmerte kurz nach dem Aufwachen seltsam auf. Ach ne, es schimmerte sachte auf. Sehr seltsam. Hinweis! Hakis-Amulett hat aus mysteriösen Gründen an Kraft gewonnen. Cool! Gut, dann nutzen wir erstmal diese Gelegenheit, nachdem der Wait-Befehl weg ist und die Charaktere in Position sind, nutzen wir die Chance mal zu speichern. Jetzt habe ich schon wieder einen Part überspeichert, aber das sollte nicht so weit ertragisch sein. Und sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Sternenkind-Saga. Bis dahin!